habe ich jetzt beim essen geschlafen oder was war das jetzt okay also wir brauchen also gelb haben wir da gelb gefärbt mehr braun gefärbt da können wir noch etliches mit dem braun gefärbten gehen wir doch mal wieder hoch zu dem braun gefärbten wir von dem weiß gefärbten noch bisschen was das ist jetzt voll da haben wir den gebrannten den ungefärbten und wir haben den gelben und den braun da können wir noch voll machen dann brauchen wir hier hat gefragt hallo und schönen tag ich feiere ihr videos sehr ich als was ist denn hier da steht noch einer rum stehen noch mehrere rum ihr jetzt nicht darstellt hier kein wunder dass ich da nicht durch komme unsichtbare blöcke so dann wollen wir sie mal wieder abgraben so ich feiere ihr videos sehr ich als fünfzehniger finde es toll dass sie noch hip sind naja mein gott was ist das hier denn alles jetzt habe ich hier die weißen hingesetzt sie sind zu tun und mutiert alles da hat das aber irgendwie seine marken na gut so lange das internet hält sie sind echt klasse ich wollte mal so fragen ob sie vielleicht in den nächsten folgen wen sie wollen über die heute jugend bezogen auf technik und das mit den jugend freien sachen wie zum beispiel gewalt spiele und zu reden könnten wenn man schluck neben mir und über so allgemeine sachen die die heute jugend stark verändert hat um mohr davon ein ungefähres bild zu nehmen und dann selber mal dann darüber nachzudenken ganz habe ich die frage nicht verstanden ich soll also über alles mögliche reden auf jeden fall über technik über jugend freie sachen wie gewaltspiele gewaltspiele sind nicht jugendfreie also nicht jugendfreie sachen und über allgemeine sachen die die heutige jugend stark verändert hat ich weiß nicht was du damit meinst aber über technik kann ich ja mal reden das war doch immer so dass die technik jetzt hier und was haben wir da noch damals gebrannt dem ja da können wir noch ein bisschen was der weiß ist folge braune können wir noch nehmen über die technik technik in der heutigen zeit ist natürlich technik vor allem computer wobei die zeit der computer eigentlich schon fast vorbei ist jetzt fängt die zeit der smartphones an so da haben wir noch orange kann man auch voll mal orange gelb und ja auch nichts mehr orange und gelb das war da unten irgendwo also hier orange und gelb ich höre schon wieder irgendwelche skelette technik ja heutzutage fängt die zeit der smartphones und das ganze kram an da sind wir also mittendrin die zeit der computer die war vor naja vor 10 20 jahren das haben die computer kann ja noch was in die kiste packen wo ist denn die kiste die ich nicht habe bauen wir uns mal eine quatsch ist ja noch so ein ding so kiste dann tun wir mal den ganzen kram rein also zum beispiel koppelstan das brauchen wir jetzt nicht er da brauchen wir nicht niederquats brauchen nicht wir brauchen auch die werkbank jetzt immer man nicht da kommen also noch ein bisschen was hier von gebrannt leben mitnehmen ja technik also noch mal in meiner zeit waren die kommen also als ich jugend war an die computer noch nicht so aber oder richtig so mal jung also als kind da hatte ich von computer noch nie was gehört ich glaube das erste mal dass ich richtig interessiert ein computer war war dann halt die damals in hannover in der cebit da gab es von so computer vorgestellt ganz komisches zeugs halt taschenrechner kannte ich ja die kam dann auch mal neu auf taschenrechner da hatte ich mir meinen ersten taschenrechner in man wann habe ich angefangen zu stehen 72 das war dann ob es nach dem vordiplom war ich weiß es nicht auf jeden fall hatte ich mir dann mal ein taschenrechner gekauft für 200 mark müsst ihr euch vorstellen 200 mark und der taschenrechner konnte plus minus und geteilt und mal also multiplizieren dividieren addieren und subtrahieren das war es dann aber auch schon so und das hat jetzt 200 mark gekostet was kriegst heute für 100 euro da kriegst du schon richtiges vernünftiges smartphone da kannst du oder als taschenrechner da kriegst du ja schon luxus taschenrechner der also alle möglichen mathematischen statistik funktion so was hat also damals als ich dann da im studium war gab es so was natürlich noch nicht da war so 200 mark taschenrechner schon eine tolle sache ich glaube den habe ich noch irgendwo rumliegen da musste man der fiel denn ab und zu aus und da gab es dann so eine kleine kleine klappe die machte man auf da drin war eine sicherung so eine sandsicherung oder was du war also irgendwie so ein glaskolben so ein kleiner bisschen sand oder irgend so ein anderes drin was weiß ich was das war und das wollte dann durch wenn es zu heiß wurde und dann war der rechner im eimer und ja man musste dann halt so eine neue sicherung kaufen die gäbe es ja jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr ist mal gucken ob man sowas überhaupt noch mal kriegt so eine sicherung aber der rechner an für sich war schon interessant also damals fand ich das toll heutzutage lacht man natürlich über sowas 200 mark oder 100 euro für so rechner der plus minus da kriegst du den heute für fünf euro nachgeschmissen also ein fünfte des preises wahrscheinlich sind die in der herstellung noch billiger ja das war also dann wo ich studiert hatte mit den taschenrechnern danach kam ja die computer die richtigen und das ist dann schon nach meiner zeit mehr also jetzt natürlich habe ich das als erwachsener mit gekriegt aber als kind oder es spenden nicht das kind aber sowas überhaupt nicht gehabt auch noch nicht mal taschenrechner also das war wirklich eine ganz tolle errungenschaft damals 1974 so ein taschenrechner zu kaufen ja